Das war ein Schreck für das arme Entlein. Es wendete den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken, aber in demselben Augenblick stand ein fürchterlich großer Hund dicht bei dem Entlein. Die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus und die Augen leuchteten gräulich hässlich. Er steckte seine Schnauze dem Entlein gerade entgegen, zeigte ihm die scharfen Zähne und... Platsch, Platsch, ging er wieder, ohne es zu packen. Oh Gott sei Dank, seufzte das Entlein, ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag. Und so lag es ganz still, während die Schrotkugeln durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst spät am Tage wurde es ruhig, aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah, und dann eilte es fort aus dem Moor, so schnell es konnte. Es lief über Feld und Wiese, und da tobte ein solcher Sturm, dass ihm schwer wurde, von der Stelle zu kommen. Gegen Abend erreichte es eine kleine, armselige Bauernhütte. Die war so baufällig, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie fallen sollte, und darum blieb sie einfach stehen. Der Sturm umsauste das Entlein so, dass es sich niedersetzen musste, um sich dagegen zu stemmen, und es wurde schlimmer und schlimmer. Da bemerkte es, dass die Tür aus der einen Angel gegangen war und so schief hing, dass es durch die Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte, und das tat es. Hier wohnte eine Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne, und der Kater, den sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und schnurren. Er sprühte sogar Funken, aber dafür musste man ihm gegen die Haare streichen. Die Henne hatte ganz kleine, niedrige Beine, und deshalb wurde sie Kükelchen-Kurzbein genannt. Sie legte gute Eier, und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man das fremde Entlein. Der Kater begann zu schnurren und die Henne zu glucken. Was ist das? sagte die Frau und sah sich um, aber sie sah nicht gut, und so glaubte sie, dass das Entlein eine fette Ente sei, die sich verirrt habe. Ein seltener Fang, sagte sie. Nun werde ich Enteneier haben, wenn's nur kein Enterich ist. Und so wurde das Entlein für drei Wochen auf Probe angenommen, aber es kamen keine Eier. Und der Kater war der Herr im Hause, und die Henne war die Dame, und immer sagte sie, wir und die Welt. Denn sie glaubte, dass sie die Hälfte seien, und zwar bei weitem die bessere Hälfte. Die Hälfte Die Hälfte